Damit er dann hier ordentlich Damage kriegt. In der Hoffnung, dass es auch so klappt. Ja, mach du mal deine Gleitkanone. Normalerweise müsste ich mich jetzt schon wieder heilen. Ich mag jetzt eigentlich nicht schon wieder umswitchen. Aber ich muss, ich muss definitiv. Um sicher zu gehen. Boah, was das Mistvieh schon wieder aushält. Unschön. Unschön, unschön, unschön. Und die Debuffs von den Mistdingen sind wieder ausgelaufen. Das heißt, wir können dann wieder auf das Tier gehen. Waffen uns, die Waffen den. Er ist vergiftet. Aber, lass das. Aber, nicht schaum. Aber, nicht gut. Mit seinem mächtigen Bombenangriff da. Und, und, wenn ihr macht jetzt absolut nicht die Debuffs drauf, die sie drauf machen sollte. Aber, nur gut. Ist halt so. Kannst du manchmal nichts dagegen machen. So, wenn ihr hier heilt, ich nochmal. Wenn er jetzt die Kanone abgefeuert hat, dann wechseln wir. Wenn wir dann wiederum geheilt sind. Wir halten erstmal die, die Schockleiste da so auf die Hälfte. Ich brauche nochmal ein paar Debuffs drauf, falls du was hast. War das jetzt alles? Zeig ihm, was ne Hake ist. Und heilen. Jetzt zielt er wieder auf mich. War irgendwie klar. Stunden später. Los, nochmal ein bisschen. Aber, er ist gleich down. Er ist gleich down. Wenn er jetzt gleich in seine Schockleiste reinkommt. So, sag ich doch. Doppelsequenz. Maximum Damage. Okay, unsere Buffs sind ausgelaufen, leider. Ah, die vom Vinyl noch nicht. So, dass wenigstens sie ein bisschen mehr Schaden macht. A drücken, mehr A drücken, mehr A drücken, mehr A drücken. Need more A drücken, need more A drücken, need more A drücken. Stunden später. Ich glaube, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, ab auf den Heiler. Und dann gebe ich dem so nebenbei den Rest. Es sind hier noch zwei Millimeter an Lebenspunkten. Mein, diese zwei Millimeter, ne? Dauern auch eine halbe Stunde, aber, nun gut. So, machen wir mal den. Vielleicht müssen wir den tatsächlich nochmal in die Schockleiste hier bringen, wo ich bezweifle, ist. Er hat ja jetzt hier 973 Lebenspunkte. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Hoffe ich. Ja, geht doch. Aber er ist noch nicht die Spawn. Das heißt, da ist wahrscheinlich noch irgendwie wat im Busch. Oder doch nicht? Was macht denn der Holzlöffel jetzt hier? Dodge, warum bist du hier? Weil du es gegründet hast. Aber wie hast du hier? Dodge, warte. Komm zurück! Dodge. Nicht du. Nicht du, Dodge. Die Beobachtung des Unbeschwerden. Es scheint, dass das dein Fokus war. Dodge es erinnerlich war und hat Kuckuck in dem Prozess. Du solltest ihn stolz sein. Herr Katzroyd. Dodge war eine große Hilfe. Er konnte die Macht des Orgen des Puls. Das hat uns beobachten. Worte können unsere Gratitud. Die Daten, die er auf dem Flasen im Flasen, waren... Inhalte. Und sprach von Gratitud. Wir haben die Beobachtung von der Energieplanung. Wir haben die Beobachtung von Energieplanung. Die Beobachtung von Energieplanung. Die Beobachtung von Energieplanung. Die Beobachtung von Energieplanung. Die Bildung ist ein bisschen schrecklich. Aber ich bin sicher, dass du das kennengelernt hast. Du hast so viel Zeit zusammengebracht. Fang, gehen wir. Was ist unser Fokus überhaupt wichtig? Was ist wichtig? Was ist wichtig? Du willst sein Monster? Ich bin nur... Ich bin nur... Ich bin nur... Bleib auf dein Kopf. Wir wissen die Sache, die wichtig ist. Genau? Wir sind die Beobachtung von Cocoon. Ich bin nur... 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 Wir müssen unsere Erinnerungen. Was? Das Felssee. Wir haben ihn. Wir sind nicht. Woher bist du? Woher bist du? Dad! Wir sind nicht. Wir sind egal, was er dich zu verstehen. Aber wir sind egal, verhaftes Menschen. Ah ja, der ihrchter ist die CEO, dieser Frau": Das Geraday Gorge ist die Grund, warum Dodge auf dem Meer ist. Ironisch, nicht wahr? Die Frau, die du schütztest, ist die Frau, die dein Sohn stole. Nein! Schau! Schau wir den Job? Oder würdest du gerne? Colonel Nabot, was jetzt? Segen Sie sie, und schau. Wie oft Sie sehen Sie, dass sie selbst töten? Die Farbe ihrer Brüste passt nicht zum Rest ihrer Haut, aber okay. Sorry, das war so, ne? Ich mal wieder. Worauf ich schon wieder achte. Aber das war auch nicht weg zu gucken. So, und jetzt sind wir halt, als er ist hier allein unterwegs. Ich glaube nicht, dass er ihr tatsächlich ans Leder will. Warum habe ich sogar versucht, zu gehen? Was ist das, was ich nicht was, was ich zu ändern konnte. Du bist so schützlos. Liefst, damit die Leute glaubten Sie. Sie benutzen sie als schilder. Wie viele hast du mit dir geschenkt? Ich bin... Ein wunderschön und ein wunderschön. Die Leute, die du benutzt hast, nicht zu leben. Warum sollst du? Du wunderschön? Dann wunderschön. Vanille! Mein Name ist Erbe de Vanille. Ich bin Lassie von Grand Pulse. Und für alle auf der Kuckung, schweig. Schraub mich für dein Kind! Du wunderschön! Du denkst, du sterben? Und das ist das? Du denkst, du sterben? Du denkst, du sterben? Und alles wird mit Zucker und Räubern? Dann, was kann ich machen? Was willst du von mir? Wenn ich nicht leben oder sterbe? Was willst du mir machen? Du fragst mich. Du verstehst es. Ich weiß nicht! Ei, ich bin犯er. Es wird wieder. Da wird nichts zu machen. Ich schraub mich nicht zu helfen. Ob wir leben müssen. Oh, 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 oh. Es ist nicht vorbei! Okay, gut. Du willst mich? Komm und hol mich! Aus irgendeinem Grund habe ich ja schon irgendwie Gänsehaut. War ja schon irgendwie bewegend, so ein bisschen. Gut. Kämpfen wir gegen... ...Deadidas Espaar. Doch, Analyse machen wir. Auf jeden Fall. Das ist jetzt... Wie heißt er? Brimhildur. Ach du Kacke. Okay, Schweicher. Ah, ist gut. Und wir müssen den irgendwie totkriegen. Irgendwie. Das ist bevor er uns totkriegt. Ich glaube ich schaff's. 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 Bei dem Espaar nicht erkennen. Okay. So, dann warte mal. Wir machen mal Fährer. Hoffen wir, dass wir beide Eis haben. Ne, wir haben nur Luft und Ero. Das heißt wir können auch auf... ...den gehen. Dann macht Vanille nämlich hier Eisattacken vielleicht. Eventuell. Oder gegebenenfalls auch nicht. Man weiß es nicht. Willst du nicht mal Vanille attackieren? Nein? Okay, nicht. Muss ich schon wieder auf den Heiler gehen. Gibt's doch nicht. Das kommt. Ich krieg dich irgendwie. Hoffe ich. Auch wenn ich nicht mal ganz so viel Zeit hab. Ähm... Ist ja immer so ein bisschen schwierig halt auf Zeit zu kämpfen. Ich hoffe, dass ich es schaffe.